Fußball-Liga mit dem schwerstmöglichen Gegner zu tun bekommen. Wie die Auslosung am Freitagabend ergab, wartet auf den Titelträger der Bayern-Staffel der 1. FC Saarbrücken, souveräner Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Punkt, 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 Punkt. 1860 würde mit einem Punkt am Sonntag bei Verfolger Bayern 2 den Titelgewinn perfekt machen. Punkt, 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 Punkt. Der zweite Vertreter aus dem Südwesten, nach derzeitigem Stand Waldhof Mannheim, bekommt es mit dem Meister des Westens zu tun, der entweder KFC Uerdingen oder Viktoria Köln heißen wird. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Die Hinspieler finden am 24. Mai die Rückspiele drei Tage später statt. In der ersten Auslosung am 7. Punkt, 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 April war aus Gründen der Chancengleichheit offengelassen worden, gegen welchen Gegnermeister und Vizemeister aus dem Südwesten antreten müssen. Punkt, 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 Punkt. Da Saarbrücken aber mittlerweile als Relegationsteilnehmer feststeht, wurde die für das Saisonende geplante zweite Auslosung vorgezogen. Aufstiegsspiele zur 3. Liga 2018 im Überblick ins Perlet Donnerstag, 24. Punkt, 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 Mai 2018 1. Punkt, 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 Punkt. FC Saarbrücken, Regionalliga Südwest, 1860 München oder Bayern München 2. Meisterregionalliga Bayern. Meisterregionalliga Nord, Flensburg, Hamburg 2. Wolfsburg 2. Lübeck, Energie Cottbus, Meisterregionalliga Nordost. Meisterregionalliga West, KFC Uerdingen oder Viktoria Köln, zweiter Vertreter Regionalliga Südwest, Waldhof Mannheim, SC Freiburg 2 oder Kickers Offenbach. Rückspiele, Sonntag, 27. Punkt, 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 Mai 2018 1860 München oder Bayern München 2. Meisterregionalliga Bayern 1. FC Saarbrücken, Regionalliga Südwest, Energie Cottbus, Meisterregionalliga Nordost, Meisterregionalliga Nord, Flensburg, Hamburg 2, Wolfsburg 2, Lübeck, zweiter Vertreter Regionalliga Südwest, Waldhof Mannheim, SC Freiburg 2 oder Kickers Offenbach, Meisterregionalliga West, KFC Uerdingen oder Viktoria Köln. Hinweis, die Anstoßzeiten sind noch nicht bestimmt worden. Punkt, 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 Punkt.